Das war der Plan rannehmen, das war der Plan, aber Jonas, Jonas wollte leider nicht, das wollte leider nicht, wollte leider nicht Marlon heiraten, oder zumindest in eine Beziehung mit ihm eingehen, aber das war das nicht der Plan. Ich heirate hier niemanden, Alter. Bitte? Alter, aber, ey, aber, wenn, wenn jetzt Jonas das Angebot geben würde, würdest du nein sagen? Also ich meine, du musst mal gucken, Jonas ist ein sehr attraktiver Mann. Dankeschön. Ey, du bist auch hier, krass, hast du das vergessen? Boah, ich fühl mich so dumm, ich fühl mich so dumm. Hä? Du fühlst dich nicht nur so. Danke dir. Also, ah, Handy, oh, Alter, ich höh, ich höh auf, ich höh auf. Also, Linda, Marlon und, äh, Jonas sind im TS, äh, Discord. Nee. Nee, okay, danke. Warte, ich mach jetzt. Level 5, 500. Comedy. Niklas, servus. Ruhiger Stream. Hi. Ist auch mal wieder da. Schön. Äh, nicht wundern, ich, äh, jetzt sind grad per Leute am Telefon dran, weil, wichtig. Und ich muss das, ich muss, ich muss das jeden sagen, der neu reinkommt, um zu flexen. Ich hab ein aggressives Stream Deck. Hab ich, hab ich, hab ich jetzt gekauft, jetzt kann ich Dinge machen, wie. Gut, weil mein Mikrofon gemütet war, hab ich nicht gehört, oder ich kann mein Desktop muten, oder ich kann Musik einblenden. Ich bin so gut, ich muss damit ganz in jedem, mit jedem flexen. Kennst du mich noch? Oh. Ich weiß, Linda hat erzählt. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ich verreiche schön. Ey, krass. Warum funkel? Ey, das ist ein Funkel. Das muss ja richtig heftig sein. Vielleicht ausgezeichnet. Ey, Jungs, Kip hat ein ausgezeichnetes Essen fabriziert. Es läuft ja. Ausgezeichnet. Okay. Wahrscheinlich tiefkühl essen. Wahrscheinlich. Prost, ich muss eine freundliche Interaktion machen. Immer wieder freundlich zu Linda. Komplimente über Outfit machen wir. Aussehen, mein ich, oder? Nee, Ausfurt war richtig. Prost, äh, Prost. Ah, nee, wir waren schon im Stream. Wie alt bist du, äh, Rater? Nee, ich bin 15. Du bekommst keine Spende, wenn du sofort Alter 4 drückst. Ne?